Es handelt sich hier um den Wandkonvektor von AEG, das Modell WKL305. Dieses besitzt eine Leistung von 3000 Watt, womit es für Räume bis ca. 35 Quadratmeter geeignet ist. Auszeichnen tut sich das smarte Modell von AEG vor allem durch sein flaches Design. Wie ein normaler Gasheizkörper wird auch dieser elektrische Konvektor an einer Wand befestigt, ist dabei aber weitaus schmaler und damit praktischer als herkömmliche Heizungen. Abgesehen vom Design und der höheren Leistung, ähnelt das Modell aber in sehr vielen Punkten der Stiebel Eltron. Dabei haben wir hier auch einen Thermostat, den wir an der Oberseite bedienen können. Und auch hier können wir die Temperatur sowohl individuell von 5 bis 30 Grad einstellen, als auch viele weitere, vor allem energiesparende Einstellungen vornehmen. Mit dabei haben wir die Wochenplanung, die Timer-Funktion, aber beispielsweise auch Berechnungen der Vorheizzeit im Timer-Betrieb, eine Frostschutzfunktion und auch die offene Fenstererkennung. Dabei ist hier leider kein Bewegungsmelder wie bei der Stiebel Eltron, aber schon der Automatikmodus mit der offenen Fenstererkennung ist eine super sinnvolle und wichtige Funktion. Der Wandkonvektor WKL von AEG ist also in vielen Punkten ähnlich wie der Stiebel Eltron, aber in zwei Dingen überzeugt uns dieser dann doch mehr. Erst einmal durch das schon erwähnte schmalere Design, durch das das Modell an noch mehr Stellen, beispielsweise auch hinter Möbeln ohne Probleme befestigt werden kann und zum zweiten durch das allgemeine Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell von AEG ist nämlich 1000 Watt stärker als der eben vorgestellte Stiebel Eltron Wandkonvektor, dabei aber ca. um 100 Euro günstiger. Hier geht der Punkt für uns persönlich ganz klar an AEG, aber das Modell von Stiebel Eltron kann natürlich auch durch seine individuellen Besonderheiten und auch durch sein Design überzeugen.